Wir haben uns in Verbindung gesetzt, Nils, und ich werde jetzt also auch diese Steckverbindung hier präparieren, also erneuern, hier eine Manschette aufbringen. Das ist ein weißer Entschluss, möchte ich mal sagen, und wie ich gestern auch schon in der E-Mail angesprochen habe, werde ich jetzt auch noch die drei Ringe von der Spitze, die da dran sind, den einen muss ich sowieso erneuern und die anderen beiden werde ich dann auch gleich in dem Zuge erneuern. Und zwar aus dem Grunde, ich habe mir die jetzt etwas genauer angeschaut, da hat der Zahn der Zeit schon ordentlich genagt und man sieht also hier in den Wicklungen leider schon Sprünge und Risse, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Ringe kann ich mit Sicherheit noch verwenden, die werde ich mir dann genau unter die Lupe noch nehmen und den Vorteil hat, das Ganze sieht wieder nach einem Guss aus, denn die Farbe, die damals der Laszlo verwendet hat für das Bindegarn, werde ich also nicht identisch hinbringen und dann würde bedeuten, dass man hier eine andere Farbe hat, als wie bei dem Ring und an der Spitze selber. Jetzt wird erstmal die Stelle hier geschliffen. Jetzt wird der Übergang hier ohne Stufe ist. Dann ebenfalls auch hier die gesamte Länge der Spitze, weil die wird ja noch lackiert, die Untergelenktarbe. So, im nächsten Schritt entferne ich jetzt nun den Ring hier an der Steckverbindung. So, und diese Reste, diese Ränder, die entferne ich jetzt mit etwas Wärme, kommt da erstmal drauf und dann mit einer abgebrochenen Zeh. Also, das ist mein Werkzeug dafür. Und jetzt wird hier diese Stelle abgeschliffen und dann kommt da eine Kohlefaser-Rowing-Manschette drauf und wird dann anschließend der Ring noch drauf gewickelt. Hier arbeite ich wieder mit dem Schleifpapier. So, die Stellen werden jetzt erstmal, bevor das Roguing angebracht wird, entfettet. Das passiert mit normalem Spiritus, also die Stelle jetzt hier, wo der Übergang zur Solitip ist, entfettet. Und auch hier, wo ich jetzt da geschliffen habe, am Übergang nach unten. Ich habe jetzt bewusst noch nicht hier das abgeschnitten. Das mache ich nämlich im Anschluss. Wenn das Roguing, wenn die Manschette angebracht ist, hier, dann werde ich ganz zum Schluss, bevor es zum Lackieren geht, die Stelle flach anschleifen. So, das geht ja. So, das geht ja. So, das geht ja. So sieht es jetzt momentan aus, diese Stelle, genauso wie die Verbindung hier an der Solitip. Und das kommt jetzt wieder bis heute Nachmittag in den Hitzeofen, damit ich heute Nachmittag dann weiterarbeiten kann dran. Ja, hallo. Die Stelle ist nun ausgehärtet. Jetzt ziehe ich das Cellophon ab. Dann machen wir den Schneidetisch. Und ein bisschen Licht her. Ja, hallo. Das sagt, hier. Okay. so sehen jetzt die beiden stellen aus hier der übergang zur übergang hier die steckverbindung und hier die stelle wo die solitipp eingespleist ist besprochen werden auch die ringe von der am handteil entfernen das interessante das zeige ich jetzt mal in der nahaufnahme auch ich hoffe dass ich es mit der kamera einfangen kann und zwar man sieht also hier an den enden nicht dieses typische untergezogen an keiner stelle davon ich weiß dass laszlo so gearbeitet hat dass er die enden mit sekunden kleber also das ende des fadens mit sekunden kleber angeklebt hat und auf die gleiche art und weise eben dann auch am ende der wicklung verfahren ist und hat die hatte das ende des fadens praktisch ebenfalls mit sekunden kleber am blenk festgeklebt also diese technik ganz ehrlich ist mir ist mir ein bisschen zu aufwendig ich verwende ganz normal die schlaufen technik dann auch nicht die wicklungen anbringe da gibt es auch eine methode wie man also diesen unterzug relativ leicht naja nicht verstecken aber ziemlich unauffällig gestalten kann das zeige ich nachher dann in der in dem teil wenn es ums ringe anwickeln geht hier muss man wirklich vorsichtig sein man will ja den blenk rein schneiden aber jetzt kommt jetzt ziehe ich den mal ab und dann sieht man nämlich zum schluss hin dass der faden also an wirklich keiner stelle untergezogen ist sieht man erst mal ganz zum schluss da ist jetzt messer auf die seite legen schauen wir die kamera scharf gleichmäßiger habe dass man hier vorne scharf sind ja jetzt ziehe ich mal so weit bis der faden wirklich zu ende ist also man sieht jetzt hier ringsrum nirgendwo so etwas untergezogenes es ist da doch ein unterzug war also nichts da so die ringe vom handteil und von der spitze habe ich also nun auch entfernt und was jetzt die wicklungen angeht da würde ich jetzt vorschlagen auf alle fälle dass man die original wicklung die zier wicklung oberhalb des griffes oberhalb der unterhalb der beschriftung so drauf belassen und ich halte es mal ein bisschen ins licht ob man das dann ein bisschen besser sieht verdammt das ist natürlich etwas schwierig jetzt das ganze zu filmen auch aber ich glaube da kommt jetzt ganz gut raus ich würde nämlich vorschlagen ich mache die wicklungen in einem braunen ton also in dem hellbraun das wird durch die lackierung noch etwas dunkler und dürfte dann den ton ziemlich genau treffen den wir hier also an der an der zier die wicklung auch haben wenn das okay ist dann würde ich morgen damit loslegen musste mir einfach nur bescheid geben so nachdem also auch schon die verbindung hier die manschette drauf ist und auch hier schon voll belastbar ist kann ich jetzt eigentlich auch schon eine vermessung durchführen ganz einfach ich hänge also jetzt hier das gewicht zur bestimmung der schnur klasse das ist dann der viertel weg an den an das eine fähnchen dass man sie hier angebracht haben gestern schon so dass ich jetzt mal hier dran bis sich die spitze runter biegt auf die auf den weg auf den statischen weg das ganze gewicht ab dann haben wir hier 11,55 gramm und die 11,55 gramm da liegen wir ganz knapp unter der klasse 4 also in der 3 die 3 geht bis 11,7 also im prinzip 0,15 gramm dann wäre es das ist das ist eine 4 also das ist eine echte 3 bis 4 also 11,55 das schreibe ich mir jetzt auch gleich mal auf 11,55 und der zweite weg der geht dann bis ganz runter 15 gramm 15 grad weg also der bei einer normalen normalen wurf in der belastung auch stattfindet biegung so eine biegung der rute biegung so eine biegung der rute hier hin jetzt sehen wir dieses gewicht also es wird keine sehr schnelle rute sein das weiß ich jetzt im vorfeld schon da haben wir 53,75 gramm und jetzt wird dann das höhere gewicht durch das geringere gewicht geteilt und dann kommt der power faktor raus schau mal nach 53,75 geteilt durch 11,55 haben wir einen powerfaktor von 4,65 4,65 ist eine medium fast aktion also schöne gemächliche durchschnittliche aktion 2,55 4,55 6,55 7,55 7,55 7,55 8,55 8,≫ 9,55